Willkommen bei den Radiopiraten. Wir ändern die Sendefrequenz. Diesmal an BMW Bavaria C. Zum Radio muss ich nichts sagen. Da ist nichts anderes. Wir können Kassetten abspielen. Natürlich auch spulen oder vorspulen. Dann können wir über diesen 3,5 mm Klinkenstecker einen MP3-Player anschließen. Umgeschalten wird das Ganze über die Sender-Taste Nr. 5. Und schon läuft die Musik. Das klingt etwas schlecht, weil dieser MP3-Player einen derben Wackelkontakt hat. Ich müsste mal an 9 zulegen. Zusätzlich können wir natürlich wie immer, ist hier langsam schon fast so eine Art Standard geworden, Bluetooth? Bluetooth? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Zusätzlich wäre jetzt zu dem Radio noch zu sagen, dieses Radio verfügt über zwei Vorverstärkerausgänge. Hier kann man eine handelsübliche Endstufe anschließen. Man kann das Radio dann entweder nur mit Endstufe betreiben oder eben mit normalen Lautsprechern und Endstufe kombiniert. So kann man der ganze Sache etwas Leben einhauchen, weil dieses Radio natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr unbedingt das leistungsstärkste ist. Aber in Verbindung mit einer Endstufe, ich habe es ausprobiert, kann sich der Sound doch hören lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.